So Leute, Willkommen zu einem Let's Play der anderen Art. Wir spielen heute Slender. Es ist halb eins in der Früh, das komplette Zimmer ist abgedrückt, wir haben beide Kopfhörer auf, um den Sound voll zu erleben und so wirklich gut die Kopfhörer und laut eingestellt, also ich scheiße, jetzt steht hier halb in die Hose, nicht jetzt, bis jetzt geht's noch. Wir können auch Flüssig spielen, David spielt, geh mal nach oben, ja nicht so nach oben, du darfst ihm nie in die Augen schauen, gell? Kannst du ein Rennen vielleicht? Ja, aber ich weiß nicht, dass ich heute Spaß mache. Ja, vielleicht sollten wir mal in eine Richtung gehen. Hey, Störferl, du bist echt in der Situation, nachts, im Wald, musst du acht Seiten sammeln, dann wäre es für irgend so ein Psychopathen verfolgt. Das ist ein musischer Zwang, oder was? Ja. Acht Seiten sammeln. Ja. Also ich spiele, wenn ich schaue bloß zu. Hab ich schon gesagt? Ach so, echt? Ja, das ist, weil ich bin einfach getestet, ich schreibe besser, deshalb muss ich bloß zuschauen. Ja, es ist besser, wenn man selber spielt, denn dann muss man sich auch mal was spielen konzentrieren. Ja, wenn wir uns zuschauen, geht da voll die Scheiße auf, weil du kannst da nichts machen. 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 Ich seh bloß das, was ihr auch sitzt, Leute. Boah, hey. Mach das mal bitte. Abgedumpelt-Term. Noch rede ich ganz leise. Noch geht's. Boah, wir haben wir davor schon zehn Stunden gezockt. Ich hab nur 40 FPS, Alter, das ist schon gezockt. Das ist halt auch auf Java-Basis. Aber darum geht's ja gar nicht. Boah, ist der Baum gruselig. Weil Baum. Weil Baum. Kann ich die irgendwie ausschalten? Was? Lass die Taschenlappe ein. Ich glaub auf der Mau. Alter, lass die Taschenlappe. F wie Flashlight. Was soll vielleicht mal der Zeitgesucht sein? Was? Weil, irgendwann ... Ich finde, da drüben wird bald. Geh mal vielleicht den Zaunet, ne. Einfach damit. Ich bin da, was wird. Hör auf uns alles und zu verwerfen hier. Okay. Das hab ich dem Baum gehabt. das ist halt die Taschenlampe ein hier das ist der links oben die FPS soll noch leuchten ja super, aber sonst ist es komplett dunkel wir unterliegen, also wir hören gerade keine Musik wir werden dann Musik hören naja, wir werden doch schön was dahinter legen ja wir haben dann ein paar schöne Lieder so Horror die hört ihr ja jetzt gerade also ich finde bisher noch nichts gruselig Alter, nur nur 36 FPS man es läuft noch flüssig ja, es läuft noch flüssig, äh bis 35 FPS läuft flüssig bis 25 ja man ja, 25 Bilder pro Sekunde breiten ganz auf die Wand die Videos auf YouTube die ist auf YouTube die FPS oder 50 äh 5,25 verdammt die Kamera nimmt mit zwei äh 230 auf Soll ich mal ein Facecam aufnehmen, warum steht die Kamera? Ne, warum wir jetzt nicht. Alter, kacke, 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 kacke. Pass auf nicht, dass du auf Zunge bleibst, wenn der gleich kommt schon. Das sah dich aus. Oh, kacke. Jetzt geht es noch. Merkst du halt, dass wir noch gar nichts gefunden haben? Ja. Wir haben das Länder noch nichts gefunden. Wir haben noch gar keine Seite nicht gefunden. Wir haben nur kein Haus, wir haben nur... Da waren wir schon, wir laufen im Kreis. Sag mal, wenn du jetzt einfach aufhörst, so nach links und rechts zum Hudeln und einfach mal geradeaus gehst und die Taschenlampe einlässt, dann bringt uns das einiges weiter. Die Taschenlampe geht nicht aus. Na, jetzt muss... Geh einfach gerade aus. So, dann gehen die Richtung. Ist vielleicht zwei von diesen Bäumen? Nein. Es gibt einen von diesen Bäumen. Die Bäume, der Baum zum Mittelpunkt. Der Baum, der Mittelpunkt. Der Baum, der Mittelpunkt von der Merk. Sagt wer? Ich. Ich. Was macht man? Ich. Was macht man? weh. Also, ich, ich hab mich sehr, ja, überhaupt nicht. War, Alter, wenn du jetzt endlich mal geradeaus gehst, man, dann hab'm was vom Let's Play. Wenn ich jetzt da geradeaus weiter geh am Zaun entladen. Oh, ist das gar noch gehört? Nee. das ist was sie in der T-Rex aufgestampft jetzt wer ist er das gehört aber zur Musik ich geh um den Zaun entlang was ist der Zaun ich merk grad wie eine Ader in meinem rechten Oberarm leicht vibriert einfach umbrette mir nicht über den jetzt Alter hör auf mich so zu falsch aber dann klettern wir den über den Zaun und Haun einfach ab schalt die Tasche labbeer ein jetzt hast du dich wieder ausgeschalten komm schalt ein hier oh Gott Alter das kannst du nicht sein wir finden gar nichts da ist was oh das ist das Auto das ist das ist mein Herzinfarkt wir kommen werden das ist Auto oh Gott Kacke schau weg schau weg schau weg und so Kiener die Fakten sich ab das ist schon wie scheiße es ist wenn wir jetzt sterben und kohlen sich seit dem war vor die 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 Geburt sie 2 Baust Been da steckst Sie aus auszupfen schützelt die Kategorie soll ich sagen aber das schloppe nach oben das schloppe einschalten ist wichtig ins Länderte uns nein ausschalten beim Ausstattung nicht sonst es ist sie im Dunkeln sicher ja es ist das Schöne der Einrichtung der Regenbauer das ist so Es ist doof. Er hat uns eingekesselt. Er hat uns eingekesselt, denn wir haben es nicht geschnallt. Wir sind genau in die Ecke, glaube ich. Das ist wieder toll. Das las ich dem Haus los. Das ist ein Fehler. Doch nicht. Oh, was ist das denn? Boah, f***. Schau weg. Kacke. Oh, was ist denn da? Das ist miserabend. Ich habe keine einzige Seite. Und jetzt schon. Ich werde mal wieder mal nicht. Sollte ich so späße in Trassen wie sowas. Oh. Da steht er. Oder irgendwo da steht er. Ja, dann gehen wir doch da nicht hin. Natürlich gehen wir doch hin. Da ist für eine Seite. In dem Auto dran ist eine Seite. Das sind die Spawner. Echt? Nein. Was ist denn da? Das ist doch alles doof. Nein, da ist doch. Da ist aber der. Nicht mehr. Okay, wie nehme ich das? Keine Ahnung. Das ist halt besser. Ich habe die Timmel mit der Maus. Ja, eh, es ranzoomen. F***, wie ist das Mund jetzt wieder weg? Okay. Okay. Da ist der Maus. Leer Tasten. Inter. Ich probiere alle Tasten aus. Das Schmau ist das nur für. Oh. Ah. Kacke. Verloren. 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 Solche. Der Europäische volldeutliche Korn. mit dem kollektion das ist der bevorstehen zu drei meter vielleicht auch wenn du da reingest als sichere seite oder wenn du da reingest und dann kommt's länder es muss sagen wir müssen die grusel der entkommst ihm nicht das ist das problem ist der hinterausgang das ist schon mal praktisch aber das ist das labyrinth so schaust du mir in den taugen da herinnen ist aber normalerweise nicht im gebäude ich glaube es leider noch nie im gebäude gesehen das problem ist dass man das ist kundin und es ist ein problem wir stehen da drin und davon ist die sender weisse steht da hat denn die animation das ist die törer was für schon dass wir jetzt tot haben ok 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 obvius wird uns aus dieser misslichen lage befreien was obvius keine ahnung wer das ist aber wir haben gerade von nein du wirst jetzt nicht wieder ausgescheinert kacke ich muss aber einen kopf für dein ohr behalten das war's das war's wir sehen uns bei haunt wieder ja ciao oh 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 oh